Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts galt Amerika als Einwanderungsland. Auf der einen Seite aus wirtschaftlichen Gründen, auf der anderen Seite aber auch aus religiösen und gesellschaftspolitischen Gründen. Genau diese Gründe führten zur Gründung der 13 Kolonien von Neuengland. Das Zusammenleben verlief jedoch nicht immer harmonisch, sodass es bereits Mitte des 18. Jahrhunderts zu Konflikten zwischen England und den Kolonien kam. Lasst uns in dieser Folge die amerikanische Revolution und die Gründung der USA beleuchten. Wir wünschen euch viel Spaß und los geht's. Die amerikanische Revolution fand natürlich nicht von heute auf morgen statt und hörte auch nicht nach zwei Wochen auf. Versuchen wir das Ganze mal nach den bedeutendsten Ereignissen zusammenzufassen. Zuerst sei gesagt, dass die britische Regierung Steuern erheben wollte, die die Kolonien zu zahlen hatten. Mit diesen Steuereinnahmen sollten Kriegskosten des 7-jährigen Krieges und Kosten der Stationierung von Schutztruppen bezahlt werden. Parallel dazu verbot sie, dass das Gebiet jenseits der Appalachen von Weißen besiedelt werden durfte. Das wollten die Kolonisten natürlich nicht einfach so hinnehmen und fingen an, den Warenimport zu boykottieren. Parallel dazu forderten sie, dass Gesetze nur durch eine repräsentative Versammlung erhoben und durchgesetzt werden durften. Und da ist dieser schöne Satz entstanden, No Taxation without Representation. 1773 wurde im Bostoner Hafen eine Schiffsladung T als Protest vernichtet, was als Boston Tea Party in die Geschichtsbücher einging. Der englische König Georg III. empfand dies als offene Kolonialrebellion. Das Ergebnis, was das Fass zum Überlaufen brachte und den Krieg auslöste, war die Annahme der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika am 4. Juli 1776. Die amerikanische Kriegsführung wurde von George Washington organisiert und obwohl die amerikanischen Truppen den englischen Truppen unterlegen waren, gewannen sie, da England mit Planungsdefiziten, militärischer Inkompetenz und Versorgungsproblemen zu kämpfen hatte. Im Frieden von Paris wurde nun die Souveränität der Vereinigten Staaten durch die Engländer anerkannt. Mittlerweile sind die Vereinigten Staaten etwas unabhängiger geworden und sie haben seit dem 4.3. 1789 die Artikel der Konföderation. Sie waren zwar eher ein Kompromiss zwischen einzel- und bundesstaatlichen Interessen, aber sie schafften eine richtige Grundlage. Die Basis dieser Artikel ist die Gewaltenteilung nach Montesquieu, die Legislative, Judikative und Exekutive vorsieht. Im System der Checks and Balances wurden die Aufgaben und deren Verteilung der Gewaltenteilung festgehalten. Der Präsident, der leitet die Exekutive und ist gleichzeitig Repräsentant des Staates. Er kann die Bundesrichter ernennen und kann sogar ein Veto bei der Gesetzgebung einlegen. Unter dem Präsident haben wir den Senat und das Abgeordnetenhaus, wobei jeder Bundesstaat zwei Senatoren stellen kann. Der Senat und das Abgeordnetenhaus bilden zusammen die Legislative, also den Kongress. Der Kongress kontrolliert gemeinsam mit den Bundesrichtern den Präsidenten. Des Weiteren wurden auch Elemente der repräsentativen Demokratie nach Locke und Elemente der direkten Demokratie nach Rousseau mit verankert. Die Kongresswahlen greifen die Beteiligung der Bevölkerung an der Gesetzgebung mit auf. Die Wahl des Präsidenten durch vom Volk bestimmte Wahlmänner den unteilbaren und unveräußerlichen Volkswillen. George Washington wurde 1789 zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und regierte bis 1797. Er war auch einer der Gründerväter der USA und entwickelte die Vereinigten Staaten während seiner Amtszeit als Präsident weiter. Die Verfassung der Vereinigten Staaten gehört zu den ältesten Verfassungen, die weltweit überhaupt noch in Kraft sind. In der Originalfassung gab es nur sieben Artikel. Die Verfassung ist zwischenzeitlich jedoch um weitere 27 Artikel ergänzt worden. Also seht ihr, dass damals der Kampf um Freiheit, Gleichheit und Grundrechte nicht umsonst war. In der nächsten Folge unserer Revolutionen-Staffel schauen wir uns die französische Revolution an. Darunter findet ihr die gesamte Playlist. Alle Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Über einen Daumen hoch und euer Abo freuen wir uns natürlich sehr und gerne. Bis zur nächsten Folge Merk-Geschichte. Alles Gute und Ciao! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020